Mensch, heute habe ich den Lauf, obwohl ich die ganze Zeit verkacke in den letzten Folgen und den letzten Minigames habe ich trotzdem noch irgendwie Lust weiter zu spielen und das Spiel einfach irgendwie, ich weiß nicht, halt fortzuführen, es durchzumachen oder wie auch immer. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies. Und ja, in der letzten Vergabe leider nur die beiden gemacht, weil das auch viel zu lang gedauert hat alles. Und ja, wir machen mal damit zum Bastisch. Aber bevor wir das machen, wollte ich euch noch kurz was zeigen im Laden. Ich gucke mir hin und wieder mal den Laden an, um zu überlegen, was kommt mir jetzt nächstes und so. Ich habe mir das hier angeguckt und ich verstehe, ich glaube ich. Ich glaube, ich verstehe jetzt, was das macht. Für 2000 kann man das, was ich immer mache, wenn ein Walnuss halt kaputt gegangen ist, dann kann man es direkt darauf pflanzen, ohne die Schaufel zu benutzen. Ich finde, das ist einfach dumm, dass man sowas kaufen muss. Ich finde es dumm. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Ich meine, Schaufel eben, nehmen und dann draufpacken. Ich meine, wow, sparst du mit diesem 2K-Ding vielleicht zwei Sekunden oder so. Wow, das ist echt nicht wert. Machen wir weiter mit Zombastisch. Hoffentlich ist dieser Boden fantastisch. Ha. das haben wir denn da schön reifen starb hoch springer typa so viel reiter eigentlich ein ganz typisches level nicht auswiesen wasser level euch nur da am besten muss die bombe bombe am besten was schief geht das ding zum runterziehen das brauchen wir noch eine hochwalnuss für den da da passt das doch da sind die noch eine flächende eis und schnapper ja komm keine ahnung sieht für mich jetzt gerade auf den ersten blick aus wie ganz normales typisches level man kennt hat aber das ist alles jetzt doppelt so schnell vier wellen dafür auch hier alles ist doppelt so schnell für mich ist cool genau so was ich auch haben bei seinem vier wellen dingen genau so was will ich haben dann dauert es aber mega lang wenn ich die ganzen sachen aufnehmen will hier Sonnenenergie oh mann das ist einfach voll gespult alles ist ein ganz normales level alles aber schnell ich würde sich eine ausforderung nehmen das ist einfach ein ganz normales level man haben wir schon eine ganze reihe da kommt doch schon der erste dann kann man abschließen ich kann das leben ja ich nehme das weil wir alles alles in einem auf hat man am anfang dieses videos nicht verstanden hat finde ich einfach besser wenn ich jetzt alles auf einmal aufnehmen ich habe eh nichts zu tun und ich meine ein bisschen wenigstens herrige punktin die mich dieses aufnehmen hey ich hätte nicht gedacht dass er durchkommt kann man da einen hin oh mann kacke so da kommst du nicht drüber nein nein das habe ich gar nicht gesehen okay ist doch welche schwieriger weil gerade so viel auf einmal abgeht okay ich habe nichts gesagt Hilfe na 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 also nach gleich noch mal da durchkommt wie cool kann man sein mann oh man na 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 selber durch was mache ich denn gegen den jetzt ja frisst das du nimm das so was machen wir jetzt recht wenig auszeit haben zum überlegen natürlich nicht er war auch so viel hilfe dass der zwischen kommen nein 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 nicht hier nein 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 ja nimm doch man das ist echt nicht hier aber zasch nice den packen wir da hin passt doch die schwiegelt sehe ich gerade nicht wirklich ich meine so klein bin ich ruhig gut und dann packt man das schon schnell aufsammeln weil sonst ja hat man gerade gesehen diese peter ist einfach so ist einfach weg so halter wie viele haben wir denn jetzt hier 246 18 12 läuft krass das machen wir den ganzen jetzt die ganzen geben kommen noch mehr in parken ja überall auf einpacken warum nicht aber nichts das ist das was zum teufel ist da hingekommen ich habe nicht gesehen aber ich muss noch ganz klicken zum leiden dass man das hört aber auch du ja mal auf ja kein das ganze energie in dankeschön Oh, vor der Zerwelle. Ich hab mehr als genug. Ich kann die ganze Zeit Bomben eigentlich spammen, wenn ich will. Mach jetzt nochmal. Hier, BAM! Es verschwindet schon die ganze Zeit. Es verschwindet schon die ganze Zeit durch die ganzen Sonnenarien hier. Was ist denn da vor? Sie haben nicht wirklich, dass er den killen kann, oder? Ehrlich? BAM! Schau mal wie viel da haben, man! BAM! Das ist ja richtig viel. Was? Nein, hör doch mal auf hier. Das ist doch langweiler, man. Nichts besseres zu tun, als zu verrücken, oder? Ja. Ich will den an, der kommt nicht mal durch. Der folgt schon direkt. Oh. Oh, Leute. Da gibt viel Sonnenergie. Weg mit dir. Jetzt kommt dir einfach keiner durch, Mann. Packen wir hier nochmal so einen hin, warum nicht? Ich will nicht so einer nochmal. Hau ab! Niemand mag dich. Niemand mag dich. Schnell, nimm alles! Ah! Okay. Sehr langweilig. Sonst könnte ich... Ich könnte auch mal eine 20. Spiel schütze ich mal. Was ist denn, wenn du ihn jetzt auffrisst? Ey. Ich wollte schon sagen. Es ist sogar hier viel, viel schneller. Alles. Okay. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir noch. Okay. Oh, yay. Die haben über mich gehört. Die machen nochmal sowas. Okay. Hau den, Zombie! Das kennen wir ja schon. Und ich mag das. Oh, ey. Sollte auch gar nicht mal so schlechter drin sein. Sollte auch gar nicht mal so schlechter drin sein. Sollte ich halt so schlechter drin sein. Hallo? Ziemlich ruhig hier. Ich weiß. Ist auch ziemlich langweilig heute die Demoie bekommen. Oh, ist auch eine Energie? Für was? Ach so, die Dinger hier. Dann machen wir das mal weg. Warum nicht? Ich krieg zum Beispiel noch nicht Geld. Dankeschön. Machen wir das mal weg hier. Ja. Zeug. 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 Was war eigentlich nochmal das Ziel? Hast du einfach genug Zombies kaputt haben? Und oder was? Ja. Ja. Ungefähr. Okay. Häng mit euch. Hau ab! So. Jetzt kommen die, die zwei jetzt brauchen. Genau die hier. Später kommen auch die, die drei Hits brauchen. Da wird schon krasser. Ganz schön. Auch einer. Ich sparte jetzt mal die Sonnenenergie auf, weil ich brauchte jetzt keine Hilfe. In welcher Welt hatten wir das Minigame? Ich glaub, Welt 2, äh, ich mein, Bereich 2, Abschnitt 10 glaub ich war das. Ich glaub schon, weil das war halt hier, ist ja hier dunkel alles. Also ich glaub schon, dass es so war. Kann ich natürlich auch irren, aber ich glaube, ich glaube, vielleicht. Aber jetzt kommt's. Jetzt geht's wirklich los. Jetzt geht's los. Nach der Hälfte geht's wirklich los. Lassen die mit drei Hits brauchen, ja. Zack. 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 Ich bin gespannt, wie lange ich eigentlich für die, ähm. Wisch schon. Die Rätsel brauche. Ich bin gespannt, wie lange ich für die brauche. Ich bin gespannt, wie lange ich für die brauche. es ist schon. So, jetzt kriegen wir Probleme. Jetzt geht's los. Hau ab. Spam. Ich hab das Gefühl, manchmal sind die manche halt schneller als die anderen gewesen. Ey, das will ich nicht, ne. Das ist so was. Ey, nein. Jetzt geht's los. Mann, nein! Das darf mir nicht passieren, dass ich rauskriege. Ich glaube das ist das Gefühl, oder? Nein, okay. So, wecken wir euch. Ah, nein, 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 nein! Ich kann nicht mehr klicken, hört auf! Verreckt doch! Ihr Toten! Okay, so, stopp! Jetzt ist mir zu viel. So, langsamer klicken, weil ich kann nicht mehr... Okay! Die Letzten! Ich schaff's sogar ohne einmal! Ohne hier einen so ein Ding zu benutzen! Hahaha! Hahaha! BAMS! Okay! Letzten fünf! Das letzte Gefecht! Machen wir in der nächsten Folge! Denn Leute, diese beiden hier sind mir viel zu schwer! Das ist mir viel zu schwer! Und das hier bin ich auch viel zu dumm dafür! Ich glaube für die hier bräuchte ich auch am besten diese Upgrade Pflanzen, die ich bei Depi Daves Laden kaufen kann! Aber ich bin mir nicht sicher! Soll ich die kaufen? Soll ich's nicht? Soll ich jetzt doch auf die zehn Samenplätze pack sparen oder nicht? Ich muss mal gucken, was ich da mache! Vielleicht habt ihr auch mal Tipps! Wir werden auf jeden Fall noch in dieser Folge Nussballing 2 rein quetschen! Was? Neues Spiel! Achso, weil ich kurz aus der Sinn reingegangen bin! Mh, 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 mh Da das Gesicht so schwer sein sollte Mach dann jedes Mal! Ja, ja! Drei Wellen! Oh nein, war das so lang? Riesenwallnuss? Oh! Die kenn ich gar nicht! Ach komm, der hat den noch getroffen? Mhh... Warte, was macht denn so ein... groß das ding einfach ist schon durch das an ach so das geht einfach in eine richtung macht einfach die leise mit kaputt okay die sind und der die explodieren ich spare mir die auf und die bomben lohnt sich ist glaube ich auch klüger vielleicht soll man das doch so machen blomm blomm wiii pfff nice boah hau ab du triff den da noch nice ja danke hau ab ihr beiden ich hoffe die nächsten beiden mini games wir jetzt noch preis schalten also ich habe jetzt nach dem level aber da haben wir schauen wir noch 1 2 ich hoffe die werden nicht so schwer sein ehrlich weil das ist ja natürlich nicht so schwer das merkt man ja zumindest sieht es nicht so schwer aus vielleicht schrotten die 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 ab hier so einiges geht hier los hier werden bomben nötig geht's noch weg mit ja hier weg auch ich krieg nicht mehr reden hier weg auch ja gut durch treten die noch ja auch mal und nein michael jackson hilfe sprechen gegen michael jackson was mache ich denn du gehst weg du haust ab die beiden noch leben ach komm haut ab beide jemand mag euch was von dir jetzt hier war und habe ihn trefft nicht durch ich habe gesagt du kommst dann nicht durch schwerhörig du auch anscheinend nimm es doch und die träffi trifft die träffi hat niemanden getroffen war ja klar da 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 ja die exklusiv ist alle mal ja dankeschön so finde ich das nicht so so lobe ich mir das ich finde es chillig also es ist keine ausforderung gar nicht so kombi war ja schade ich dachte es ist richtig krasse kombi bärm aber fast hau ab hier hier oben könnt ihr auch mal abhauen langweiler oh nein michael jackson ist wieder da hau ab michael jackson mensch was mache ich denn warum tue ich da was denn bin ich dumm also wenn wir dir so weg mit euch und wenn man euch michael jackson da auch mit deinen freundin auf michael jackson will er nicht jetzt kommen die ganzen michael jackson-fans ich mag sie haben sie gesehen oh my gosh richtig krass hau ab und alle ab nein kein noch michael jackson ok jetzt wird es knapp jetzt wird auch nicht mehr so chillig jetzt ist überhaupt nicht hilfe michael jackson ist da immerhin einer das geld ist wichtiger als mein leben hau ab hau ab hau ab verschwindet von hier hau ab da unten da unten schnell auch so eine giga naja egal da hat sich ja ich glaube ich gerade ja weg du dummer ordner mann ich wollte da gar nicht doch mal ab da hinten immer mal Angst. So, tschüssle. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Nein! Zu spät. Nicht unnötig einen einfach so hinnehmen lassen. Nur wenn gar nichts mehr geht. Bam! Wollt ihr noch mehr? Gerne doch. Bam! Michael Jackson wieder da. Hi, Michael Jackson. Na, wie geht's? Komm, kill den. Bam! Oh, das wird wenig länger. Oh, hab ich's nicht erwartet. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das eigentlich in die andere Reihe packen. Okay, so, Michael Jackson wieder down. Ja, Kacke, wo mache ich's hin? Da, wo Michael Jackson ist. Ach, Kacke. Die war mal ne normale. LOL! Kann der Anführer ist schon mal down? So, letzte Welle. Jetzt packen wir doch alles in die Folge rein. Bam, bam. Bombe! Bombe! Lassen sie down. Du hast da ab. Bist nicht der Anführer oder so? Denkst du auf sowas nicht, Mensch? So, ihr habt auch da ab. Bam! Oh! Monster! Nice! 30.000! Yay! Hehehe! Okay. Okay, wir haben noch vier weitere vor uns, Leute. Uff! Ab hier, ich glaube, ich mache eine Aufnahme bisher schon mal auf. Ich bin mal gespannt, ob ihr vielleicht Tipps in den Kommentaren da lassen könnt. Wenn ja, dann lasst mal Tipps in den Kommentaren da. Und ja, dann würde ich sagen, schönen Tag noch. Haut rein! Tschüssle! Bui!